Hey Freunde und willkommen zu einer weiteren Runde Syndicate Games, zusammen mit dem Zombie... Hallo! Ja, der nicht an sein Handy rangeht, wenn es um Isaac geht, aber hier geht er sofort ran, was? Was? Ich hab doch gar kein Handy. Das hab ich extra an Obdachlosen geschenkt. Ach stimmt, das war doch das Handy meiner Freundin. Egal! Da hat er mich dir die Idee nochmal gegeben. Moment mal, Obdachlosen geschenkt, das Handy meine... Hey! So, Aztpia. Das hast du gesagt. Okay, gut, dann nehm ich jetzt Rache. Auf geht's. Okay, okay, okay. Holly LP, du hast 1039 Punkte und 9 Kills und 8 Tode. Okay. Okay, und was hast du? 21 Kills, stimmt er? Okay, pass auf. Ich hab meine... Ich seh nur deine. Okay, 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 pass auf, pass auf. Jetzt hast du Angst, was? Respektier mich. Ich bin schon tot, oder? Bin ich schon tot? Lebe ich noch? Ne, ich hab dich noch nicht angeguckt. Ich hab ja gestern gegen den Pixelwolf gekämpft und, äh, boah. Boah, hätt' ja keine Chance gehabt. Null! Ich hab schon Schneebälle, ja? Ja, ich hab gar nichts. Boah, ich hab echt nichts. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann dich schon mit Fleisch und Pfeilen abwerfen. Okay. Ich kann dich mit Erfahrungsfläschchen ertrinken, oder so. Oh, das wär natürlich auch cool, ja. Ist das schon so Standard zu sagen, oh, jetzt hab ich Diamant gefunden. Ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Hey! Oh Gott. Aua! Ja! Ja! Ich hatte noch gar nichts. Das war so spannend. Oh! Krass. Also den werd ich erstmal richtig fett insidieren mit Musik und so. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war Syndicate Games mit Zombie. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann möchte ich 10.000 Likes auf diesem Video. Danke. Ne, ja. Auf geht's mit der nächsten Runde. Such die Map aus. Ja. Okay, dann gehen wir auf den Zirkus. Okay. Oh, da hab ich bis jetzt immer verloren. Gegen Maudado das Monster. Gegen Bergmann, was? Dann, dann ist es wohl Zeit, auch hier wieder gegen mich zu verlieren. Richtig, komm. Und go. Schwertier hattest. Scheiß Cheater. Was? Was? Ja. Hast du richtig gehört. Pfff. Nimm das zurück. Okay, komm. Ich kämpfe nur mit Brot und ner Schüssel. Auf geht's. Kann ich die Schüssel nicht auf den Kopf setzen? Leider nicht. Nein. Oh, schade, Zombie. Da muss ich doch nen Helm anziehen. Da, da, da. Da, da, da. Oh, ist das ein Namensschild da hinten? Nein. Ist das ein Namensschild da hinten? Komm her. Ich schlag dir erstmal das Brot um die Ohren. Baguette. Oh Gott. Hi. Na? Alter, du hast... Ah, oh nein. Du hast mir nicht mal nen Herz abgezogen. Oh, nein. Nein, es war doch extra hartes Brot. Mann. Scheiße. Mit der Faust macht man, glaube ich, doch mehr Schaden. Was? Als mit dem Brot in dem Modus hier zumindest, ja. Ach so, ich dachte, das ist alles gleich. Oh, Mann, kacke. Okay, gut. Die Runden sind ja echt verdammt cool. Das sind die schnellsten Runden überhaupt. Komm. Jetzt auf geht's. Die nächste Runde. Die Todesinsel. Ich hab keine Ahnung, welche Map das ist, aber... Die Todesinsel. Neue oder so. Ach, die. Ach, die Todesinsel. Ich würde die ja Stein mit Lava nennen. Schei... Ja, dann lass uns direkt die Map zählen. Du hättest jetzt eh verloren und die Map ist ja eh komisch wegen dem Namen. Lass mal andere nehmen. Okay. Ich werde wahrscheinlich eh gleich, weil ich einfach in Lava springe. Mach ich... Mach ich richtig gerne in meiner Freizeit. Ja, das ist entspannt. Lockert die Muskeln halt. Oh Gott, da bist du schon. Hey, geh weg. Was hast du schon? Sei ehrlich. Schneebelle. Schneebelle? Okay. Oh fuck, ich muss eigentlich über die Lava springen, um die Kiste zu bekommen. Oh Gott! Heilige Mama! Und hier ist nichts in der Kiste. Warst du hier schon? Äh, eventuell. So eine Kiste, die bei Lava war, klingt sehr nach mir, ja. Ohhhh. Jetzt hab ich doch umsonst mein Leben riskiert. Okay. Warst du da? Nein. Ich verstecke mich nicht vor dir. Ich versuche dich zu retieren. Okay. Warte mal. Oh Gott, du bist hinter mir, oder? Du hast diese Enderperlen. Nein, ich hab keine Enderperlen. Lüg nicht. Voll paranoid die ganze Zeit. Was ist das da hinten für eine Kiste? So eine schwarze Kiste. Oh Junge, hör auf mich zu verfolgen jetzt. Hör auf damit. Aber du hast gesagt, da ist eine schwarze Kiste. Richtig. Und was macht die? Die kannst du haben. Nehmen sie dir, die ist gut. Okay, ich spring mal in die Lava. Was ist denn in der Kiste drin? Enderperlen. Ah, okay. Moment mal. Das ist eine Enderkiste. Du hast ja sämtliche Kisten auf dieser Insel geholt. Ich hab wieder nur ein altes Baguette. Hast du mich verloren? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Hör auf dieses Spielchen mit mir zu spielen. Ah, du bist doch da hinten. Ich dachte, du hast eine Enderperle geworfen. Ja. Aber ich dachte, du schnappst mir jetzt eine Kiste da hinten weg. Pass auf, warte mal. Da drin ist jetzt mein Eisenschwert, das ich mir hole und dich dann vernichte. Ich weiß gar nicht. Die Kiste habe ich schon geöffnet. Welche Kiste hast du noch nicht geöffnet? Ich habe alle schon geöffnet. Das ist doch unten. Wie viele Schwerter hast du? Keins. Das ist ja die Sache. Echt jetzt? Nein! 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 Da war ein Holzschwert drin, du! Ich habe mich noch ins Feuer geboxt. Das liegt ja am Boden. Das ist runtergefallen. Ja, ich konnte es einfach nicht. Ich bin zu blöd, um zu klicken. Wie viel steht es? 1-0 für dich, was? Bei was? 2-1 steht. Verdammt, ey. Aber vielleicht stürzt auch die Aufnahme ab plötzlich bei mir. Du hast doch aber in der ersten Runde schon gewonnen gehabt. Hättest du nach der ersten Runde doch beenden müssen. Ja. Pech gehabt. So, pass auf. Zack. Holzschwert. Schneebälle. Auf geht's. Was ist das denn für eine Map? Ja. Wiese und Häuser. So würde ich die Map nennen. Nee. Wiesen des Todes! Du hast den ersten Schlag gelandet. Ich den zweiten, dritten, vierten. Ja! Ich wollte gerade hier verzaubern und dann stehst du da auf einmal an dem Tisch auch schon dran. Ja, ich hätte Spinnentöten jetzt auf meinem Schwert. Oh, super. Okay, pass auf. Jetzt bitte einen dramatischen Kampf, den ich irgendwie drei Minuten lang mit Musik untermalen kann. Das wäre richtig nett. Okay. Danke. Ich versuch's. Entschuldigung, ich bin nicht immer dieser Spieler, der dann wegläuft im Kampf, um sich dann nochmal zu heilen oder so. Ich weiß ja nicht auch nicht, aber irgendwie treffen wir uns aber ziemlich schnell. Soll ich immer in deine Richtung laufe, sobald ich eine Waffe habe? Echt? Ja gut, du kennst die Maps, ja. Wow, hier ist ja das Ende. Wow, hier ist ja das Ende. Oh Gott, wie heißt diese Map? Eine Wiese mit Bäumen. Eine Wiese mit Bäumen. Du fängst aber... Was? Bei dir auf der Seite ist dieses schöne Haus mit den 100 Kisten. Mit den... Bitte was? Also ich war in einem Haus drin, aber da waren... Werkbe... Och, hör auf damit, ey. Na, wenn du sie nicht nimmst, dann geh ich mal hin. Hey, hör auf die Pfeile nach mir zu schießen. Tu ich gar nicht. Alter, da sind echt Kisten drin oder was? Das ist doch... Ja, zwei Doppelkisten waren da oben drin. Oh, die wurden entfernt. Aha, siehst du, das wusste ich natürlich und ich habe dich verwirrt. Zack. Okay. Bitte was? Ach, da hinten mein Lieber. Denkst du, du bist der einzige hier mit einem Bogen? Äh, was machst du? Hast du hier irgendwelche geheimen Geheimgänge? Komm her, komm her, komm her, mein Lieber. Nein, bitte komm noch nicht. Oh, du hast ja Kettenhosen hingelegt, danke. Komm, nimm das Schwert, ey. Ich bin voll überfordert gerade, Mann. Dieser Zombie, der macht mich fertig. Da rennt er wieder weg. Nein, tu ich gar nicht. Das ist ja... Bam! Komm, auf Distanz halten. Ah! Distanz, ich habe... Nein! Wohin falle ich? Sterbe ich jetzt? Nein, oder? Nein. Du wirst nur zum Spawn gesetzt mit einem halben Herz. Okay, und du weißt nicht, wo der Spawn ist? Das ist gut. Auf ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du bist ja ein Monster! Warum? Du hast keine Gnade! Mein Herz schlägt gerade wirklich, ey. Varo-Feeling. Wo sind die Namensschilder? Okay, okay, okay. Ich frage mich, wie für deins ist. Du müsstest hier gespawnt sein. Tuckst du dich die ganze Zeit? Nein! Sicher? Ja! Das machen nur Feiglinge. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Also ich bin am Spawn. Glaube ich nicht. Nee? Nee. Warte mal, wie viel, wie viel Herzen hast du denn noch? Kaum schon. Äh, gerade vier, aber ich heil mich gerade. Okay, gut. Ich hab ein paar mehr bekommen. Ich hab nämlich ein bisschen gebratenen Fisch bei dir in der Bar, ey. Dann, dann beim Spawn gefunden. Ich hasse dich. Scheiße, ey. Okay, ich hab nämlich gar nichts und habe jetzt totes Fleisch gegessen. Das ist auch sehr lecker. Totes Fleisch? Mhm. Eine Halbspeise. Totes Fleisch. So, okay, pass auf. Ich bin... Ah! Tot. Tot bist du. Du bist ein Monster, ey. Ich hab dich die ganze Zeit voll angeschaut. Stehst da da. Gemütlich. Das gibt's doch gar nicht. Du bist ja... Was hattest du denn? Eine Eisenbrust hattest du gefunden, oder? Ja, und ich wollte einfach... Ich wollte dich einfach töten. Mit meinem Holzschwert. Verdammt. Okay, das reicht jetzt erstmal. Genug, dem ich... Nein, nein, nein. Eine. Noch einmal die fliegenden Ensel. Okay, jetzt reicht's mir aber. Okay, pass auf. Ich hab ja die ganze Zeit gespielt, weil du mehr Abos hast. Ich muss dich ja gewinnen. Das ist ja die Regel. Ähm. Ähm. Und... Jetzt, äh... Ist mir das scheißegal. Pass auf. Jetzt kommt die Rache des Holly LPs. Jetzt, pass auf. Okay, pass auf. Boah, ich fang direkt an mit... Steak. Toll. Was soll ich damit machen? Das Gesicht klatschen. Ähm, pass auf. Du, 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 du. Ich geh jetzt erstmal hier unten lang. Okay. Ich hab auch echt Pech irgendwie gerade. Sonst hab ich immer Holzschwerter bekommen. Und war derjenige, der dann die Gegner sucht und tötet. Diese... Diesen Platz hast du jetzt reingenommen, was ich nicht so cool finde. Nicht meine Absicht gewesen. Äh. Vielleicht kommst du mir einfach wieder im selben Haus mit nem Schwert entgegen und ich sterb einfach wieder. Genau. Genau. Ich hab... Oh, da bist du schon, ey. Hör auf, ey. Komm, hör auf. Du bist zu mir gelaufen. Und hier ist auch... Das ist mein Spawn. Das ist nichts, nichts hier Spawn. Geh runter mit dir. Tschüss. Nein. Ja, mein Enderpferde hat funktioniert. Verdammt. Ich hab auch meine Enderpferde nach oben geworfen beim runterfallen. Hör doch auf damit. Du hättest einfach den Turm hochgerannt? Nein. Nein. Oh. Das ist... Das kam mir so vor, als müsste ich jetzt zwei Jahre Pause machen, um stärker zu werden, um dich zu holen. Genau wie Ruffy. Ja. Und genau das mache ich jetzt. Ich werde jetzt zwei Jahre... Da knöpfst du einfach dein Hemd auf und dann bist du stärker. Richtig. Und ich bekomme irgendetwas, wo ich dann gucke und du umfällst. Genau. Ein Königshaki. Richtig. Ja. Ja, das waren super runden Syndicate-Games. Ja, er meinte, er will mich fertig machen. Ja, irgendwie war ich mir viel zu selbstsicher. Gestern habe ich ja gegen Pixel Wolf gespielt. Ist das hier Pixel Wolf? Mach mal Rechtsklick auf mich. Rechtsklick? Okay. Zack. Und... Ich muss dich tragen. Nein, nein, ich kann fliegen. Achso, stimmt ja. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir genießen noch mal kurz die Aussicht. Äh, falls ihr Zombie nicht kennt. Er ist recht gut in Syndicate-Games und der Kanal ist unten verlinkt. Bin ich gut. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.